Arnis Hütte, sagte Steinauge, und die Leute, die dort in den Blockhäusern leben, nennen sich Arnis Leute. Bei denen musst du früher gelebt haben, sagte der Zirbel. Du bist der Junge, der mit dem Stein davongelaufen ist. Ich weiß, denn ich habe den Stein bei mir, sagte Steinauge, aber wovor bin ich davongelaufen? Woher soll ich das wissen, sagte der Zirbel. Vielleicht hat das mit dieser Nazier zu tun, die zeitweise als Falke hier durch diese Gegend zu fliegen scheint. Kennst du sie? Mit diesen grünäugigen Falken habe ich im vergangenen Herbst gesprochen, sagte Steinauge. Wenn ich ihm diesen Stein gebe, wollte er mir sagen, wer ich bin. Beinahe hätte ich es getan. Das wäre ein schlechter Handel gewesen, sagte der Zirbel. Du musst selber herausfinden, wer du bist. Es nützt überhaupt nichts, wenn es dir jemand sagt. Diese Nazier scheint sich auf allerlei Künste zu verstehen. Vielleicht wollte sie dich zu einem ihrer Hunde machen. Steinauge hatte während dieses Gesprächs gespürt, wie diese Angst tastend wieder nach seinem Herzen griff und es immer stärker zusammenpresste. Bei den letzten Worten des Zirbel schien diese Faust jäh zuzupacken. Lass das, schrie er. Sei still, ich will davon nichts mehr hören. Habe ich davon angefangen, sagte der Zirbel. Du bist doch der, der nach der verlorenen Zeit sucht. Aber jetzt scheint mir, dass du vor ihr davonläufst, weil du Angst vor ihr hast. Eines Tages wirst du deine Ameise schon finden. Wir haben ja Zeit. Viel Zeit. Das hatten sie wirklich. Der Winter schleppte sich langsam dahin. Schneestürme verwehten zeitweise den Eingang der Höhle, sodass es Tag und Nacht dunkel blieb. Aber diesmal kroch Steinauge nicht zu den Ziegen, sondern schlief weiterhin oben auf seiner Laubstreu. Vielleicht war es ihm peinlich, sich unter dem Auge des Zirbel mit den Ziegen auf solche Weise gemein zu machen. Vielleicht hatten sich auch die Worte des Falken, er werde nie zu den Ziegen gehören, derart in seinem Bewusstsein festgesetzt, dass er fürchtete, die Tiere würden ihn nicht mehr in den wärmenden Organismus der Herde aufnehmen, wie im letzten Winter. Hier und da sprach er mit dem Zirbel. Aber nach seiner verlorenen Zeit fragte er nicht mehr, wenn er sich auch vornahm, künftig genauer auf Kleinigkeiten zu achten und auf Wörter, die ihm auf irgendeine Weise zu Ohren kamen. Eines Tages begann dann der Schnee zu schmelzen. Die Tropfenschnüre, die über den Eingang der Höhle bei Tag wie ein funkelnder Vorhang aus blitzenden Edelsteinen herabbrannen, fuhren zwar über Nacht zu einem zackigen Gebiss von Eiszapfen, doch sobald die Sonne am Himmel stand, troff das Wasser an ihnen herab und fraß sie rasch auf. Als draußen abheere Weideplätze zu finden waren, verließen die Ziegen die Höhle, um sich Futter zu suchen. Eine Zeit lang kehrten sie abends noch in die Höhle zurück, um sich nachts am Feuer zu wärmen, doch bald blieben sie ganz aus. Nur Einhorn zeigte sich noch einmal, nickte Steinauge gönnerhaft zu und sagte, »Den Winter über warst du ganz brauchbar, aber jetzt ist es an der Zeit, dass ich die Herrschaft über die Herde wieder selbst übernehme. Ich muss meinen Tieren ein bisschen Bewegung verschaffen, ehe sie ihre Jungen werfen. Wenn du einstweilen noch nichts anderes zu essen findest, kannst du uns ja suchen, um Milch zu trinken, wie ein säugendes Jungtier.« Diese letzte Bemerkung fand Steinauge nicht besonders achtungsvoll, denn er meinte, sich einen etwas deutlicher ausgesprochenen Dank verdient zu haben für all die Arbeit, die er um die Ziegen willen auf sich genommen hatte. Aber da er fürs Erste noch auf die Milch der Ziegen angewiesen war, bedankte er sich seinerseits für das Angebot und hatte die Höhle wieder für sich allein. Bis er Heu einbringen konnte, um damit im nächsten Winter seine Milch zu verdienen, würde er noch eine Zeit lang bleiben müssen. In den Nächten, nach dem Auszug der Ziegen, fühlte er sich ziemlich verlassen. Ihm fehlte der warme Dunst der Herde, das leise Schnaufen der ruhenden Tiere, und er ließ in der ersten Zeit das Feuer höher brennen, damit er beim Einschlafen etwas Lebendiges spürte. Von Tag zu Tag wurde er unruhiger, als triebe ihn etwas an, wieder auf Wanderschaft zu gehen. Und wenn er am Abend nach der Herde suchte, prüfte er im Vorübergehen das aufsprießende Gras, als könne er es dadurch zu rascherem Wachstum veranlassen. Und dann spürte er eines Nachts tatsächlich etwas Lebendiges, und zwar dicht an seiner Kehle. So nah bei sich hatte er da gleich nun auch wieder nicht haben wollen. Er wurde durch ein schrilles Keifen aus dem Schlaf geschreckt, fühlte, wie etwas Kleines, Pelziges an seinem Hals zappelte und wurde, als er mit einer Handbewegung den pelzigen Gast abzustreifen versuchte, zugleich auch noch von einem glatten, kalten Geringel berührt. Er setzte sich auf, und da er auch in dieser Nacht sein Feuer hinreichend mit Nahrung versorgt hatte, konnte er sehen, wer da auf Besuch gekommen war. Neben seinem Lager hatte sich eine Schlange zusammengerollt, deren schuppiger Körper im Schein der Flammen schimmerte. Und diese Schlange hielt in den Fängen eine Maus gepackt, die elendiglich schrie und mit den Beinen zappelte. »Kannst du nicht woanders auf Jagd gehen, als ausgerechnet in meinem Bett?« sagte er, ärgerlich über die Störung seiner Nachtruhe. »Für diese kleine Maus hätten meine Nüsse auch noch gereicht.« Als er das gesagt hatte, machte die Schlange keineswegs Anstalten, ihre Beute zu verschlingen. Sie beugte vielmehr ihren Kopf zurück, bis sie das zeternde Tier mit einer Schleife ihres Körpers festhalten konnte, hob dann ihren schmalen Kopf und sagte mit einer weichen, melodischen Stimme. »Verzeih mir, Träger des Steins, dass ich deinen Schlaf gestört habe. Mein Name ist Rinkula, und ich bin eben im rechten Augenblick gekommen, um diese elende Maus dabei zu ertappen, wie sie dir etwas Besseres stehlen wollte als deine Nüsse.« Steinauge erkannte jetzt an den hellen, mundförmigen Flecken über den Kiefern der Schlange, dass er mit einer Ringelnatter sprach. Und obgleich er bisher wenig Neigung zu Schlangen verspürt hatte, so verfolgte er doch mit Bewunderung die anmutigen Bewegungen des Tieres und schaute in ihre Augen unter deren spiegelnder Glätte in der Tiefe ein vielfältiges Farbenspiel aufstieg, wie in einem Achat. »Was soll es hier für eine Maus Besseres zu finden geben?«, fragte er. Aber der Name, mit dem die Schlange ihn angeredet hatte, ließ ihn bereits ahnen, worauf es die Maus abgesehen hatte. »Für eine Maus wohl nicht«, sagte Rinkula. »Dann wohl für einen Falken?«, fragte Steinauge. »Das soll sie selber gestehen«, sagte Rinkula, gab die Maus aus der Umschlingung frei und sagte zu ihr, »Nun erzähle dem Träger des Steins deine Geschichte, aber bleib bei der Wahrheit, wenn dir dein Leben lieb ist. Du weißt wohl, dass es keinen Zweck hätte, mir entfliehen zu wollen.« Die Maus hockte nun zitternd zwischen der Schlange und Steinauges Laubbett, versuchte hastig, mit den Vorderbeinen ihr Fellblatt zu streichen, machte dann eine devote Verbeugung und sagte, »Ich weiß, mächtige Rinkula, dass ich dir nicht entkommen könnte. Und dir, Träger des Steins, will ich wahrheitsgemäß berichten, was ich im Sinn hatte, denn meine Angst vor Rinkula ist noch weitaus größer als jene vor diesem Falken, von dem du gesprochen hast. Es war in der Tat ein Falkenweibchen mit grünen Augen, das mir befohlen hat, in deine Höhle zu schleichen, die Schnur an deinem Hals durchzunagen und den Beutel zu stehlen, in dem du jenen Stein trägst, nach dem man dich nennt. »Wie konnte die Grünäugige dir dergleichen befehlen?«, fragte Steinauge. »Stehst du in ihren Diensten?« »Sie hatte mich in ihren Fängen,« sagte die Maus, und man konnte ihr ansehen, dass dies keine angenehme Erinnerung war. »Was hat sie dir für den Diebstahl versprochen?«, fragte Steinauge. »Mein Leben künftig zu verschonen,«, sagte die Maus. Rinkula schwenkte unwillig ihren Kopf hin und her. »Glaubst du, dass einem Falken?«, fragte sie. »Zuweilen genügt unser einem schon die Hoffnung,«, sagte die Maus. »Ist dein Leben nicht ständig auf irgendeine Weise in Gefahr?«, sagte Rinkula. »Du solltest dich schämen, wegen eines dermaßen unsicheren Versprechens eine solch niedrige Tat zu begehen.« Diese Rede beschämte die Maus jedoch in keiner Weise, sondern machte sie vielmehr zornig, soweit es erlaubt ist, bei solch einem kleinen Tier von Zorn zu sprechen. Sie richtete sich auf und schrie mit schriller Stimme. »Glaubst du, ich wüsste nicht, dass mein Leben ständig in Gefahr ist, sei es nun durch Falken oder durch deinesgleichen? Soll ich mich schämen, weil ich diese Gefahr oder auch nur die Angst vor der Gefahr ein bisschen verringern möchte? Ihr habt gut reden, ihr Starken, die ihr unsereinen im Vorbeigehen schnappt, wenn euch eben der Appetit auf ein bisschen Mäusefleisch überkommt. Ihr könnt leicht von niedrigen Taten reden, auf die ihr mit Verachtung herabschaut. Wenn ihr dergleichen unternehmen würdet, mag es wirklich eine niedrige Tat sein, denn ihr seid frei genug, euch dafür oder dagegen zu entscheiden. Wir jedoch huschen voller Angst am Boden hin durch Laub und Gras und spüren ständig eure Bedrohung im Nacken. Soll ich mein Leben aufs Spiel setzen, nur damit dieser haarige Unhold hier sein Spielzeug behalten kann? Schelte meinetwegen diesen Falken, dass er mich zu diesem Wagnis verleitet hat. Aber komme mir nicht mit solchen Vorwürfen und jetzt friss mich schnell auf, damit ich es hinter mich bringe. Das war nun wirklich eine erstaunliche Rede für eine Maus und dies empfand offenbar nicht nur Steinauge so, sondern auch die Schlange, denn sie sagte, Es wäre schade, einer solch tapferen Maus dergleichen anzutun. Ich muss gestehen, dass du mich beschämt hast. Darf ich deinen Namen erfahren? Ich habe noch keinen, sagte die Maus. Unter Mäusen ist es üblich, dass man erst dann einen Namen erhält, wenn man etwas Außerordentliches geleistet hat. Und so sterben viele von uns, ehe sie überhaupt zu einer bemerkenswerten Tat fähig sind, namenlos unter den Fängen eines Falken, unter den Krallen einer wilden Katze oder... Hier stockte die Maus und blickte rinkuller furchtsam an. Die Schlange erwiderte den Blick mit ihren ach-hart-Augen und sagte, »Oder«, dann nahm die Maus all ihren Mut zusammen und fuhr fort, »Oder im Rachen einer Schlange.« Rinkula neigte befriedigt ihren Kopf und sagte, »Du bist wirklich eine tapfere Maus. Und weil du jetzt nicht nur im Zaun gesprochen, sondern deine Angst überwunden hast, ist es an der Zeit, dass du einen Namen bekommst. Künftig sollst du »Der mit der Schlange spricht« heißen.« Dann wandte sich Rinkula ein Steinauge und sagte, »Ich glaube, der mit der Schlange spricht, hat es verdient, dass du ihm deinen Stein zeigst. Er soll erfahren, dass es bei alledem nicht nur um irgendein belangloses Spielzeug ging, wie er offenbar meint.« »Du hast recht, weise Rinkula«, sagte Steinauge. »Zudem gelingt es mir vielleicht auf diese Weise, die Freundschaft dieses wackeren Mäuserichs zu erwerben.« Während er noch sprach, nahm er schon den Stein aus dem Beutel und legte ihn vor den Mäuserich auf den felsigen Boden. Zunächst ruhte das Kleinod dort im Dunkel wie ein schwarzer Kiesel. Doch dann flackerte das Feuer unten in der Höhle auf, und dem Schimmer der Flammen begannen innen im Stein die Farben aufzuglühen, breiteten sich in Ringen aus, stiegen auf und durchbrachen die Oberfläche in pulsierenden Wellen von grünem, blauem und violettem Licht, das den staunenden Mäuserich umschloss und sich in den Augen Rinkulas widerspiegelte, als schimmerten nun drei Steine von gleicher Art im tiefen Schatten der Höhle. Der, mit der Schlange spricht, saß ruhig auf seinen Hinterpfoten und schaute in das Spiel der Farben. Unter ihrem Schimmer schien er zu wachsen, keine Spur von Zittern der Ängstlichkeit war mehr an ihm zu entdecken. Seine weit geöffneten schwarzen Augen blickten klar und seine Schnurrhaare sprießten kühn zur Seite. Mit einem Wort, »Hier saß ein Mäuserich, der alle Achtung verdiente.« Eine Zeit lang sprach keiner von ihnen an Wort. Dann endlich wendete der mit der Schlange spricht seine Augen von dem Kleinod ab, blickte Steinauge an und sagte, »Ich weiß nun, was für eine Untat es gewesen wäre, dir diesen Stein zu stehlen. Aber ich habe jetzt auch erfahren, dass du mir verziehen hast. Ich danke dir, dass du ihn mir gezeigt hast. Unter seinem Schimmer schwindet alles Böse dahin. Zwar werde ich auch in Zukunft von Zeit zu Zeit um mein Leben zittern, aber die Angst, die mich bis heute Tag für Tag verfolgt und erniedrigt hat, ist mir genommen worden. Bei diesem Stein schwöre ich dir, dass ich von nun an dein Freund sein werde, wie du es dir gewünscht hast.« Das alles, sagte er mit solcher Würde, das Steinauge gar nicht auf den Gedanken kam, eine solche Mäuserede komisch zu finden. Während er seinen Stein wieder in den Beutel steckte, versicherte er dem Mäuserich, dass es dieses Schwurs nicht bedurft hätte und fügte hinzu, er sei stolz, einen solchen Freund zu besitzen. Dann holte er eine Handvoll Nüsse aus seinem Vorrat und lud ihn zu einer nächtlichen Mahlzeit ein. Der Mäuserich nahm dankend an und sagte, »Aufregung macht mich immer hungrig.« Auch Steinauge knackte sich ein paar Nüsse und sagte zu Rinkola, »Es tut mir leid, dass ich nicht auch dir etwas anbieten kann.« »Das macht nichts,« sagte die Schlange, »ich habe erst vorgestern etwas gegessen. Außerdem bin ich ja nicht durch den Bach in deine Höhle geschwommen, um hier zu jagen.« »Was hast du denn sonst gesucht?« »Dich,« sagte Rinkola. Steinauge blickte verblüfft auf. »Mich?«, sagte er. »Wie hast du überhaupt erfahren, dass ich hier bin?« »Uter den Tieren im Wasser wird viel von dir gesprochen,« sagte Rinkola. »Hast du das nicht gewusst?« »Der Grüne hat dich schon im Herbst suchen lassen.« Da erinnerte sich Steinauge an das Mädchen, das mit den Fischen gesprochen hatte, und sagte, »Wenn ich damals richtig gehört habe, hat man ihn gebeten, einen Flöter zu suchen, einen Liedermann.« »Bist du das nicht?«, fragte Rinkola und schaute ihn mit ihren Ach-Hart-Augen an. »Ich weiß es nicht,« sagte Steinauge. »In einer Herbstnacht drüben überm Gebirge habe ich mit Goldauge darüber gesprochen, aber danach war ich nicht viel schlauer als zuvor. Auch sie sagte etwas von einem Flöter, der gesucht wird.« »Weißt du es wirklich nicht?«, fragte Rinkola und dem Schein des Feuers glommen jetzt in ihren Augen Farben auf, als spiegele sich in ihnen noch immer das Lichterspiel des Stahls. Steinauge grub angestrengt in seinem Gedächtnis, aber er konnte nichts dergleichen zutage fördern. »Ich kann mich nicht erinnern,« sagte er. »Aber es wird wohl so sein, dass ich früher einmal dieser Flöter gewesen bin. Bist du gekommen, um mich zu suchen?« »Nein,« sagte Rinkola, »du bist längst gefunden worden, und wir wissen, wo du dich aufhältst. Ich habe nur den Auftrag, von Zeit zu Zeit nach dir zu sehen, weil ich tief im Innern der Höhle mein Winterquartier habe. Es war gut, dass ich dich gerade heute Nacht besucht habe.« »Gerade zur rechten Zeit,« sagte Steinauge. »Warst du schon oft hier?« »Ein paar Mal,« sagte Rinkola, »aber ich hatte keinen Grund, dich zu stören.« »Da hast du wohl nur einen halben Bock gesehen, der auf seiner Laubstreu schnarchte,« sagte Steinauge. »Keine Spur von einem Flöter oder Liedermann.« »Ich habe nichts anderes erwartet,« sagte Rinkola. »Aber wenn du im Frühsommer wieder hinaus in die Wälder gehst, solltest du vielleicht versuchen, dir eine Flöte zu schnitzen. Ein Messer hast du ja.« Steinauge bedankte sich für den guten Rat und dies nahm Rinkola offenbar für ein Zeichen der Verabschiedung, denn sie verneigte sich und sagte, »Für heute habe ich dich lange genug vom Schlaf abgehalten. Auf Wiedersehen, irgendwo beim Wasser und achte auf deinen Stein.« Nach diesen Worten glitt sie hinüber zum Höhlenbach und verschwand im Dunkel. Der Mäuserich war dem Gespräch aufmerksam gefolgt und sagte nun, »Es ist ein Glück, dass ich nicht gewusst habe, unter wessen Schutz du stehst, sonst hätte ich mich nie in deine Höhle gewagt, wäre weiterhin namenlos geblieben und hätte dich nicht zum Freund gewonnen. Wenn du meiner Dienste bedarfst, kannst du mich mit einem bestimmten Pfiff herbeirufen.« »Soweit du dich in der Nähe aufhältst,« sagte Steinauge lächelnd. »Nicht nur dann,« sagte der Mäuserich, »überall gibt es Mäuse und Nachrichten werden bei uns sehr rasch weitergegeben. Wer meinen Pfiff hört, wird mir schon Bescheid geben lassen. Gib Acht!« Und dann pfiff der Mäuserich einen hellen Dreiklang, der Steinauge so vertraut war, dass er ihn sogleich nachpfiff. »Ausgezeichnet,« sagte der Mäuserich. »Gute Nacht, Träger des Steins und vielen Dank für die Nüsse.« »Auch dir eine gute Nacht, der mit der Schlange spricht,« sagte Steinauge, »und nimm dich in Acht vor dem Falken.« »Das solltest auch du tun,« sagte der Mäuserich, machte eine zierliche Verbeugung und huschte über den Höhlenboden davon. Steinauge legte sich auf sein Lager und piff zum Abschied noch einmal diesen Dreiklang. Gleich darauf hörte er, fern, aber deutlich, die Antwort seines neuen Freundes. Und in diesem Augenblick fiel ihm ein, woher er diesen Pfiff kannte. Er hatte unter einem Baum gesessen und vor ihm auf einem niedrigen Ast saß eine Amsel und pfiff die gleiche Tonfolge, die ihm noch in den Ohren klang. Er wusste auch, dass es nicht irgendeine beliebige Amsel gewesen war, sondern die Botin des sanften Flöters, seines Großvaters, zu dem er unterwegs gewesen war durch die unermesslichen Wälder von Barleburg. Untertitelung des ZDF,